Viel Spaß noch, lieber Erasmus und Familie. Jetzt kommen wir zu einer Dame, die Katie Kelly. Also, wir kennen eigentlich, wir kennen die Kelly Family, aber jetzt startet Katie Kelly eine, ja schon seit längerer Zeit, eine ganz, ganz erfolgreiche Solokarriere. Sie erzählt uns von einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte. Sprichwörtlich, wenn alle Dämme und Gefühle brechen, dann, und das ist ihr Titel, dann ist Holland in Not. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus und weiterhin viel Erfolg für Katie Kelly. Bevor das Tag zieht vor der Nase weg, mitten in Amsterdam, da stand ich voll gestresst und straßenbrannt. Endlich hielt ein Wagen, ein relaxter Typ, in Jeans und langen Haaren nahm ich mit. Ich fluchte ihn an, schon wie ein Termin verpasst. Er sagte, hey, what's going on? Was du da tust, das kenn ich schon. Bei mir war's fast zu spät, doch ich hab's wieder lebt. Wenn die Reiche brechen und der Stress ist so groß, dann ist Holland, Holland in Not. Wenn der tägliche Wahnsinn, deine Seele bedroht, dann ist Holland, Holland in Not. Wir fuhren so nach ihm und dann hat er erzählt, dass er einmal ganz oben war. Ein Riesenhaus, einem Wagen mit Stoffel. Sind tausend, ihm ist am Tag immer weiter und größer, keine Zeit wird das Leben an sich. Der Kuh geht so lange zum Wohnen, bis er bricht. Du verschwendest deine Zeit, wie es fürs wahre Leben bleibt. Da sagte er zu mir, stopp diesem Wahnsinn jetzt und mir. Wenn die Reiche brechen und der Stress ist so groß, dann ist Holland, Holland in Not. Wenn der tägliche Wahnsinn Deine Seele bedroht, dann ist Holland, Holland in Not. Dann ist Holland, Holland in Not. Wenn die Gefühle brechen. Das sind unsere Zuschauer von immer wieder Sonntag.